Und schon bin ich wieder bei Gianni Fabiano. Gianni, kannst du auch Apps programmieren? Du bist ja auch ursprünglich Techniker. Genau, ich bin da noch tätig, aber ich bin kein Programmierer, aber sehr stark in diesem Umfeld tätig. Du könntest das also auch und könntest das auch allen weiterempfehlen, weil es faszinierend ist. Ja, es hat sicher einen faszinierenden Anteil an diesen Entwicklungsarbeiten. Du kannst sie vor allen Dingen auch zeichnen. Hast du eine App gezeichnet oder woran warst du jetzt? Nein, ja, ich habe vor allem das Thema der Jugendförderung aufgenommen aus dem letzten Referat. Sehr spannend, die Jugend schon abzuholen, zu motivieren und auch ihnen Lust auf mehr zu machen. Und ja, in diesen Beispielen, das wir jetzt gerade gesehen haben, war es sehr schön ersichtlich. Nutzt du eigentlich auch Zeichnungsprogramme? Ja, ich arbeite auch auf dem iPad, wenn es in digitaler Form sein muss oder gewisse Illustrationen, die noch angepasst werden müssen. Die sind einfacher auf dem Tablet zu zeichnen, ja. Okay, aber es macht dir fast schon mehr Spass von Hand. Ja, also der Widerstand des Stiftes auf dem Papier, das ist so noch ein traditionelles Feeling. Das macht etwas mehr Spass, ja. Gut, dann lasse ich dich weiterzeichnen. Vielen Dank, Gianni. Danke. Ja, und wir wissen jetzt also einiges darüber, wie man Apps programmiert. Aber wir steigern jetzt das Level und möchten erfahren, wie man Games programmiert. Und zwar frage ich das jetzt den Dozenten am Institut für Urban Landscape des ZHAW-Departements, Architektur, Gestaltung und Bauingenieurwesen. Hallo, Andri Gerber. Hallo, Nina. Das mag jetzt natürlich ein bisschen erstaunen, dass ich das ausgerechnet dich frage, einen Architekten und Akademiker. Aber schliesslich hast du ja das Corona-Game entwickelt. Das ist hochaktuell, hochpolitisch und wissenschaftlich. Ich hoffe, es ist auch unterhaltsam. Ich habe es versucht zu spielen, aber ich konnte da nicht rein. Es gab irgendwie technische Probleme. Also es ist vielleicht doch nicht ganz so einfach, ein Game zu programmieren. Ja, Nina, du triffst einen ziemlichen wunden Punkt. Wir haben das zwar ausführlich getestet, aber wir haben tatsächlich noch ein paar Probleme mit älteren Computern und älteren Betriebssystemen, aber wir arbeiten noch daran, dass wir das lösen. Es war für uns sehr spannend zu sehen, dass die Entwicklung des Games eigentlich fast einfacher war als dann die Veröffentlichung. Also da muss sehr viel Optimierung geschehen und das haben wir vielleicht etwas unterschätzt. Gleichzeitig ist das das erste Game, das wir gemacht haben und von dem her denke ich, dass wir da noch ein bisschen kleine Makel haben dürfen. Selbstverständlich, es sei dir verziehen. Und dann sprechen wir doch lieber über die Entwicklung. Wie ist es denn überhaupt dazu gekommen? Wie kam es auf die Idee eines Corona-Games? Gut, das Corona-Game war fast eher zufällig. Ich muss vielleicht vorausnehmen, ich spiele gerne persönlich. Ich habe immer sehr gerne Videogames gespielt. Und wenn man spielt, dann fragt man sich natürlich schon, wie funktioniert etwas? Und auch dann, wie könnte man etwas ändern? Und die Hürden früher, um ein eigenes Game zu entwickeln, waren sehr gross. Wenn man, wie ich, nicht besonders technisch begabt ist. Und da ist zum Glück in den letzten Jahren sind so Software entwickelt worden, wie Unity und Unreal. Und die haben einen sehr intuitiven Zugang zum Game Design. Und die sind zudem noch sehr nahe an den Programmen, die wir in der Architektur verwenden, also CAD-Programme. Das heisst, für uns Architektinnen und Architekt und Architektinnen ist es relativ einfach, da hineinzukommen. Konkret war dann im Frühling, gab es ein Call von der ZHW, Digital Future Funds, für Covid-19-Projekte. Und durch diese Finanzierung konnte ich dann das Corona-Game machen. Aber insofern war es eher ein Zufall. Wobei, so zufällig war es doch nicht, weil du nutzt ja auch Games schon in deinem Studium. Warum sind Games in einem Architekturstudium sinnvoll? Nein, sie sind überall sinnvoll, würde ich sagen. Ich meine, Spielen ist so eine Universalsprache. Und die versetzt uns in so einen ganz besonderen Zustand. Wir nehmen die Realität anders wahr. Wenn wir spielen, kommunizieren wir anders. Und auch dieser Vorurteil, dass Spielen so etwas Nebensächliches ist, das ist eigentlich widerlegt. Wir wissen heute, wie wichtig Spielen ist für die Entwicklung, kognitiv, räumliches Vorstellungsvermögen. Und solange man es im Masse spielt natürlich. Und für Architekten und Architekten ist es ganz spannend, weil natürlich in Games Städte, Landschaften, Gebäude ins Virtuelle übersetzt werden. Und da ist natürlich spannend zu sehen, wie geschieht diese Übersetzung. Und noch spannender ist aber, wenn die Studierende sozusagen selber ein Game entwickeln müssen. Weil da müssen sie nicht nur die Räume gestalten, sondern sie müssen dann auch die Mechanik, also die Zusammenhänge, wie funktioniert etwas. Und es ist natürlich so, bei Videogames wird die Realität meistens vereinfacht übersetzt. Und diese Vereinfachung hilft dann Studierende eben, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Faszinierend. Wir sehen ja in deinem Game diese Städte. Was sind das für Städte? Und mit welchem Ziel habt ihr diese Städte ausgewählt? Ja, ich habe, zuerst muss ich mal sagen, ich habe mit fünf Architekturstudierenden der ZHW zusammengearbeitet. Und wir haben am Anfang dann zusammengesessen und überlegt, welche Städte sollen wir jetzt nehmen. Die Studierende waren auch bei mir im Unterricht. Das heisst, die kennen 6000 Jahre Geschichte des Städtebaus. Sie hatten auch mit mir schon ein Game Design Seminar gemacht. Und dann haben wir einfach zusammengesessen und überlegt, welche Städte wollen wir nehmen. Und da waren so zwei Kriterien ausschlaggebend. Das erste war so ein bisschen die Vorliebe. In meinem Fall ist es dann die Idealstadt der Renaissance. Die Renaissance ist meine Lieblingszeit. Oder es gab so eine italienische Utopie der 1960er. Das ist eigentlich so wie eine endlose Einkaufspassage. Oder Wall City in Kowloon, das 1995 schon wieder abgerissen worden ist. Das war eine der dichtesten Städte der Welt. Und der zweite Punkt war natürlich schon, dass wir verschiedene Qualitäten der Räume zeigen wollten. Also diese Beispiele zeigen gute und weniger gute räumliche Qualitäten, weil es uns auch darum ging, eben zu zeigen, Städtebau, also Städte, da geht es eben um diese Qualitäten. Also wir müssen vielleicht noch kurz sagen, um was es geht bei dem Spiel. Also ein Ego, sagt man dem so, ist infiziert mit dem Coronavirus und geht durch die Städte und muss möglichst anderen Menschen ausweichen, um sie nicht anzustecken. Das heisst, du hast es jetzt gerade gesagt, du möchtest auch ein bisschen den Dichtestress der Städte thematisieren. Möchtest du ihn auch kritisieren? Ja, also der Begriff Dichtestress haben wir bewusst auch ironisch genommen. Das ist eigentlich so ein schweizerisches Unwort. Das Problem ist, dass wir in den letzten Jahrzehnten sehr stark in Richtung Verdichtung gegangen sind. Und Verdichtung ist natürlich aus dem Nachhaltigkeitsprinzip sehr wichtig. Also Stichwort innere Verdichtung, 15 Minuten Start oder auch die Zersiedlungsinitiative. Und jetzt mit der Pandemie hat man die Tendenz, alles über Bord zu werfen. Und plötzlich muss man wieder ins Grüne gehen und das wollten wir natürlich mit diesem Game etwas hinterfragen. Damit aber auch eben diese Frage der Qualität, weil man jetzt eben sehr stark mit Quantitäten rechnet, mit Daten. Und wir wollen sagen, es gibt nicht nur die Quantität, sondern es gibt auch die Qualität. Und dass Dichte nicht gleich Dichte ist. Welche sind denn die Stadtkonzepte, die sich am meisten bewährt haben? Ich habe jetzt nicht ganz herausgehört, was jetzt dein Favorit ist in der jetzigen Zeit. Ja, ich bin Historiker. Das heisst, ich höre irgendwie bei 1960 auf oder 1980. Das ist der Vorteil. Man muss sagen, die Stadt ist natürlich etwas, was unglaublich komplex ist. Und zwar gibt es immer wieder Versuche, etwas aufzudrücken, aber gleichzeitig sind dann Faktoren wie eben Pandemien, die man wie nicht einrechnen kann. Nehmen wir das Beispiel von Zürich. Da gab es zwischen 13, jetzt muss ich auch mal überlegen, 49 und 16, 88, zum Beispiel 23 Pestausbrüche mit mehrere Zehntausend Tote jedes Mal. Parallel oder danach gab es noch Typhus, Cholera, Nerven, also Grippe und Pocken und so weiter und so fort. Das heisst, die Stadt hat das schon erlebt und hat sich auch angepasst. Das heisst, ich würde sagen, die Modelle, die sich bewähren, sind diejenigen, die eben anpassbar sind. Ganz spannend ist die Architektur der Moderne, weil die ja versucht hat, auf die Hygiene eingehen und die zu thematisieren. Aber eben insofern gescheitert ist, dass sie nicht anpassbar war und andere Faktoren eben benachlässigt hat, wie das Soziale. Also du regst eher zum Nachdenken an. Das Spiel ist ja auch nicht böse, weil es hätte ja auch umgekehrt sein können, dass das Ego gesund ist und lauter infizierten Zombies hätte ausweichen müssen oder so ähnlich. Das genau wolltet ihr nicht. Ihr wolltet eben eine gute Moral reinsetzen. Man soll andere schützen, man soll möglichst versuchen. Und das Ego hält ja auch keine Waffe in der Hand und ballert in der Gegner um, sondern ein Buch. Und nicht irgendein Buch, das ist nicht zufällig gewählt. Also da haben wir eben die Pest oder Il Decamerone und so weiter. Was ist die Moral der Geschichte? Es ist natürlich ein bisschen schwierig, von Moral zu sprechen. Aber es ist tatsächlich so, dass wir dieses Spiel gemacht haben, wir gesagt haben, wir wollen kein Shooter-Game auf Corona-Zombies, sondern wir kehren das um. Und eben der Spieler ist krank, das heißt so eine gewisse Sensibilisierung. Und anstelle von der Waffe haben wir dieses Buch in der Hand. Und es ist natürlich schon so, dass die Stadt der Ort ist, wo man zusammenkommt. Das ist die Stadt. Und im Moment leider weicht man eben allen aus. Und ein Niveau ist ja das Niederdorf, da wohne ich auch. Und ich muss sagen, das war schon ziemlich erschreckend im Sommer, wenn man da durch diese enge Gassen gegangen ist, weil das war alles voll und keiner hat die Maske getragen. Du hast gesagt, das erste Level. Es gibt sechs Levels und du hast mir heimlich verraten, dass du das sechste Level noch nicht geschafft hast. Und dass dein Student dir nicht verraten will, wie die Lösung geht. Ja, der hat dich jetzt in der Hand, eindeutig. Wie lange habt ihr denn programmiert? Und wie ist das alles gegangen? Ja, genau. Aber ich glaube, mein Sohn hat es schon herausgefunden. Tatsächlich? Mit Zeit gestern? Ja, eigentlich, wir haben mit diesen fünf Studierenden, ging es relativ schnell. Also wir hatten drei Monate Zeit, mehr so nebenbei am Wochenende am Abend. Und was wir aber wirklich gebraucht haben, das war noch die Hilfe von einem Student der ZADK vom Gamedesign, der uns vor allem beim Programmieren geholfen hat. Und das ist so natürlich, bei diesen Programmen heute kann man relativ einfach Programmierbausteine einbauen. Aber ohne ihn hätten wir das wahrscheinlich nicht geschafft. Und jetzt müsst ihr noch ein bisschen weiter daran arbeiten. Wann denkst du, ist es wirklich für jede Frau und jedermann zugänglich? Ja, ich hoffe, in ein paar Wochen sollte es soweit sein. Ihr habt einen etwas umständlichen Link, wo man draufklicken muss. Auch das hat noch Optimierungspotenzial. Aber ich würde einfach vorschlagen, man gibt in die Suchmaschine Corona Game ein oder ZHW. Dichter Stress. Dichter Stress. Und dann kommt man auf das Spiel und kann es dann vielleicht schon bald ausprobieren. Und all diejenigen, die neue Technologien haben oder neue Computer, bei denen funktioniert das sowieso. Und vielleicht haben wir jetzt alle motiviert und ihr werdet überrannt. Und dann, was ist die Zukunft des Games? Ja, ich denke, das Game hat gezeigt, dass sehr viel Potenzial da ist. Wir kennen das von anderen Disziplinen, haben wir mehr als genügend gesehen. In der Architektur und Städtebau gibt es das noch relativ wenig. Und insofern war auch das Feedback sehr positiv, weil man so etwas weniger kennt. Und ich glaube, da ist sehr viel Potenzial, Stichwort Serious Games in der Architekturlehre, dass man das einführt. Wünschst du dir auch ein Feedback von Städteplanern oder Politikern? Ja, das ist natürlich das Tolle vom Videogame, dass es eigentlich alle anspricht. Ich muss ehrlich sagen, ich habe bis jetzt eigentlich nur Bücher geschrieben. Und meistens sehr langweilige Bücher und die hat niemand gelesen oder fast niemand. Und jetzt mit diesem Videogame plötzlich gibt es ein unglaubliches Feedback von allen möglichen Menschen, mit denen wir plötzlich über Themen sprechen können, die wir eigentlich für uns immer im Kreis behalten müssen. Und es gibt auf der Homepage auch noch einen Fragebogen. Das heisst, wir freuen uns sehr, wenn die Spieler dann nach dem Spieler noch diesen Fragebogen ausfüllen, weil das hilft uns sehr zu sehen, wie die Personen darauf reagieren. Und jetzt kaufen all die Personen auch deine Bücher. Hoffentlich. André, es hat mich sehr, sehr beeindruckt. Ich habe viel von dir gelernt. Ich wünsche dir viel Erfolg mit dem Game, natürlich auch mit dem Studium. Bilde ganz viele gescheite Köpfe aus, die uns gescheite Städte bauen. Okay? Vielen Dank, Nina. Vielen Dank, André Gerber. Vielen Dank.